Werte Fahrgäste, im Kürzer Reichen mit dem Bahnhof Leipzig Hauptbahnhof, unsere Zugfahrt endet dort. Werte Fahrgäste, Betale aufsteigen. Sie haben Anschluss an den Regionalexpress nach Dresden Hauptbahnhof, die Fahrtlermessige Abfahrt 11 Uhr vom Gleis 16. Regionalexpress nach Magdeburg Hauptbahnhof, Fahrtlermessige Abfahrt 11 Uhr 4 vom Gleis 10. Regionalbahn nach Grimau-Morra Bahnhof, Fahrtlermessige Abfahrt 11 Uhr 6 vom Gleis 20. Sowie die Regionalbahn nach Eisenach, Fahrtlermessige Abfahrt 11 Uhr 19 vom Gleis 7. Bitte beachten Sie auch die örtliche Lautsprecherlussage an Bahnsteig. Wir bedanken uns für Ihre Fahrt mit DB Regio. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, Fahrtlermessige Abfahrt 11 Uhr 15. 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 Vielen Dank.